Hey Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Wir nehmen heute wieder zusammen ein neues Video auf. Real Talk. Mit dabei ist heute niemand geringeres als die größte und meistgehassteste Gestalt auf ganz YouTube. Ey Wife HD oder auch wer sich neilbar desendt. HD. Ich hab einen 60 Euro Check noch gefunden, Digga. Der wird bald eingelöst. Du bist gerade komplett gemutet. Niemand hört dich. Hier nochmal ganz kurz, vielleicht zur Referenz. Mehrere Begrüßungen von der Wife kontextlos aneinander geschnitten. Jo Leute, was geht ab? Ö am Start. Jo Leute, was geht ab? Ö am Start. An der Stelle schauen wir uns heute wieder die besten Twitch-Fails an, meine Freunde. Weil Ani Sedak momentan, ich hab sie nicht gefragt, deshalb nehmen wir Wife, der hat genauso große Brüste. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, meine Freunde. Ey stimmt, das hab ich noch nie gewartet. Let's go. Oh Mann. Topkek, das bist du. Minecraft. Let's explore. Nein. Vorsicht vor der Lava. Ganz kurz nur, alle schreibt mal in die Kommentare, also es tut echt nicht gut, wenn du Red Bull trinkst. Ich hab kein Red Bull getrunken, ich bin einfach nur gut drauf. Ich bin einfach nur gut drauf. Wahrscheinlich gut drauf, oder? Okay, dude, it scraped that, guys. Ah, nee, wichtiger Trimax. Boah, mashallah diese Facecam. Einfach eine Floyd x Cold Mirror am Valorant spielen. Digga, aber die Einstellung der Facecam ist noch besser als von Standard-Skill. Ja. Check what? I'm doctor. You want me to check your rectum, hat er gefragt. Ja, weiß ich nicht, bro. Weiß ich nicht. What's the race, Dene? Was ist das? What the fuck? Was soll das? Bro? Ey, was soll das? Digga, what the fuck? Brennt dem sein Dudelsack? What the fuck? Torture, your cock and balls must endure. Ey, was wird's tun? Lego Yoda Cock and Ball Torture ASMR, höre ich mir immer gerne an. Das ist haram. Würde mich auch freuen, wenn ASMR Janina das abends dann auch mal hochladen würde. Das ist haram. Just, all right, just to show everybody how wrong my natural instinct is, I'm just gonna click fucking, I'm just gonna click out here, and I'm gonna guess, and I'm gonna say that I'm probably wrong, and this is probably, this is probably like fucking Southern New Zealand or some shit. Oh, Digga, voll, guys. Ich liebe dieses Game. You might have found it from chat. You can always get middle if you just walk up left side. Ja, das stimmt. Guck. Ja, mega. Hä? Was macht der? Hä? Hä, warum hat der irgendwen jetzt geanfollowed? Ich glaube, er hat ihm den Tipp gegeben. Ich wollte gerade sagen, ja. Der nimmt den, Digga. Oh, Tyler One, Digga. Boah, ich liebe den, Digga. Den würde ich gerne mal, dass der mich verprügelt. So eine Maschine, Alter. On my way. Was macht der? Oh, oh. Der geht jetzt zu dem, Digga. Und klatscht den. Der fährt. Der packt den Koffer. Du, Digga. Was geht denn jetzt ab hier? Was ist das für ein Känzer? Digga, es ist kein, es ist kein Geschwister. Das macht man nicht unter Geschwistern, oder, Lukas? Du hast eine Schwester, sag's mir. Oh, nein. In der Eifel. In der Eifel, ja. What? No. What? 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 It was fun knowing. Digga. Thank you. Best Married Streamer. Best Married Streamer. Best Married Streamer. And I really like the word Milf. Was? I'm, I think I'm the normal. No. 1 Milf Idol. Ist ja kaum angebildet. Ich weiß nicht, ob sie das No. 1 Milf Idol ist. Also, ich würde sagen, dass Montana Black die No. 1 Milf ist. Hört erstmal zu, bevor ich drüber lustig mache. No. 1 DILF auf jeden Fall. I really want to be No. 1 Milf Idol. That I would like to focus. Ah. Ich würde sagen, rein damit. Rein damit. Hallo. Hallo. 16 Jahre alt. Die ist nicht 16. Bruder, die sieht doch nicht aus wie 16. Absolut nicht, Digga. Auch geil. Onlineplatz 0, Abonnenten 0, Jobs gar keine. Die sieht, wenn du mir gesagt hättest, die ist 28, hätte ich gesagt, ja. Und das ist nämlich das Ding, alle werfen ja Olli mal vor. Na, okay, ich sag jetzt lieber nicht. Besser ist das aber auch. 43 hätte ich gesagt. Na, das hat sich echt gut gehalten. Aber 16. Hallo, 16 sehe ich dir, aber nicht die Dorme. Aber fühl dich. Warte, warte, das hör ich mir jetzt an. Warte, was? Olli? Oh, oh. Was ist das? Tan, was machst du da? Tan, sei vorsichtig. Warte, warte, warte. Ja, ja, ich kenne den auch irgendwoher. Von früher noch. Danke, Tobi, lass Licht ruhig aus. Olli ist halt einfach jetzt Fame. Einfach so. Olli ist halt in Mojis. Ach, sie ist Olli. Vielen Dank, Kisi. Zum Beispiel Olli ignoriert mich immer hart. Ah, ja. Natürlich jetzt gekauft. Haben die jetzt gefeckt oder nicht? Also, ich ignoriere dich nie, Mann. Hatten die jetzt Sex? Ich ignoriere dich nie, oh mein Gott. Eins in den Chat, wenn die gefeckt haben. Schreibt eine Eins in den Chat. Digga, war es gerade falsch mit dir? Ich weiß auch nicht, komm, wir machen einfach weiter. Das Ding ist auch, man weiß auch immer nicht die Zusammenhänge. Da mit den Nachrichten. Monte ist ein HS, hat er geschrieben. Äh, 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 äh. Ja, kann ja auch sein, dass er geschrieben hat, Monte ist ein HS. Er meint, Monte ist ein hübscher Sohn. Wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich meint er Marcel mit HS, hübscher Sohn. Oder, äh, äh, äh. Man weiß es, Digga. Der wird nicht damit freuen. Oder Headset, Monte ist ein Headset. Weißt du was? Monte ist ein Headset. Oder ein heiliger Streamer. Ein heiliger Streamer. Ein heiliger Streamer, Digga. Ein, ein Hundeschätzer, weil er hat ja auch einen Hund und er schätzt das Hundeleben. Ein heiliger Streamer. Kann es nicht missen, was von Deiner Blackout ist. Darauf erst mal ein Vape-Hit. Oh, Digga. Oh, die. Ich hab auch eine Vape. Grüße, geh raus. Ich war in verschiedenen Leben. Dann würde ich mir ihn zu kaufen. Dank dieser Ebay-Kleinanzeige habe ich ihn gefunden. Danny ist so lost. Danny, Danny, komm schon, sag jetzt bitte nichts Dummes. Danny, sag nichts Dummes. Danny. Warte, überlegt noch. Danny, bitte. Ja, schon mal überlegen. Ist eine Kuh nicht komplett schwarz? Danny, Danny, ich hab gesagt, du sollst nichts Dummes sagen. Boah, geil. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Doppelt schmerzhaft. Mann. Man, das ist Jogginghosen. Man, immer meinen Stoffhitzen. Ähm. Nee, ist gut. So. So, reden wir nicht drüber. Machen wir mal weiter. Ich bin einfach schlecht in dir von wirklich. Bitte, mein ganzes Leben schlägt. Mann. Lost. Ich fühl doch hier unten die Katzencam. Wo ist die Katze an der Stelle? Ach, das ist eine Katzencam? Nee, da liegt eigentlich ein nackter Typ. Keine Ahnung, Digger. Ich kann nicht auf den Achtet eben. Philipp. Fucking Poggers. Hör auf. Oh, Kitten. FBI Open Up steht im Chat. Ich war vielleicht nicht ganz 18 auf der letzten Gamescom. FBI Open Up. Oh, Philipp, Moment mal. Sie meint Standardskill. Philipp, äußere dich. Da fährt er nämlich, der Drogendealer. Wer ist das? Ja, kann ich. Wenn ich fucking aus der Wasserflasche trinke, dann schlucke ich das Wasser runter. Ich glaube, es wäre das dümmste, was ich tun könnte, aus der Wasserflasche Wasser in den Mund zu nehmen und es auszuschmucken. Und es nicht zu schlucken. Aber man kann auch überall irgendwas perverses reininterpretieren, wenn man, ich weiß nicht, zwölf ist und eine Dauerstelle hat. Oder einfach nicht f***. Einfach die f***. Wie sie einfach das geschrieben einfach aufschnippt. Du kommst sofort. Was haben wir da? Oh mein Gott. Polly Pocket. Es ist Polly Pocket. Es ist Polly Pocket. Ich weiß nicht, was es ist. Oh mein Gott. Hä, wann hast du... What? Woher? Das war... Mir reicht. Ich mach mir auch ein Postfach auf. Ich will einfach auch Scheiße geschickt bekommen. Ich habe es zweimal schon probiert. Meine Poststelle meint, das geht nicht. Ja, ja, ich weiß. Das ist auch ein Dorf. Die sind ein bisschen überfordert. Ja. Dann nicht mal... Das... Woher wusstest du? Ich... Oh mein Gott. Das ist so schön. Woher... Ich meine, das konntest du gar nicht... Seht ihr es? Appreciated das jetzt gefälligst. Ich... Ich fühle... Ich fühle das. Ich habe noch nie in meinem Leben... Ähm... Sagen was Negatives... In meiner Streaming-Karriere, YouTube-Karriere gegenüber... Ähm... Leuten gesagt, die Männer lieben. Also wenn Männer Männer lieben oder Frauen Frauen lieben. Jetzt kommt ein Clip, wie er das macht. Äh... Jeder kann das lieben, was er möchte. Solange er damit niemanden schadet. Oder Gesetze missachtet. Ja. Oh, das ist meine Reden. Ähm... Um es jetzt mal auf einer guten Alten Monta-Art zu sagen. Ja. Wenn du gerne Pimmel lutscht, dann lutschst du viele Pimmel, wie du willst. Das gönne ich dir vom Herzen, Digga. Genau. Same, Lukas. Das tut weh. Darauf erstmal wieder einen fetten... Hi. Ähm... Oh, die hatte ich schon mal... Die hatte ich schon mal angemacht über Twitch. Ähm... Da haben wir so Anmachsprüche in den Chat geschrieben. Das hat ganz gut funktioniert. Glaube aber, die hat mich blockiert. Ich weiß es nicht. Doni, Doni. Sag bitte, dass das nicht wahr... Oh Gott, ist das unangenehm gerade. Scheiße. Oh nein, Doni. Schönes Headset-Up HyperX. Ich habe noch nie so ein Host bekommen. Was mache ich denn jetzt? Unterhalte uns. Halt die Klappe, Sam. Fuck, Karl. Warum? Vielen lieben Dank. Weißt du eigentlich, wie nervös ich jetzt gerade bin? Wir gucken... Wir gucken gerade eine Doku. Ja, das hat Tima dann. 22 Uhr, du weißt das. Echt? Ich glaube, es... Nein, 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 nein. Karl ist nicht Bauersuchtfrau, aber Karl ist ein Streamer. Ich kenne mich wahrscheinlich von dem Stream. Jetzt weiß ich nicht, wie wir reden. Ich kenne dich jetzt wach oder nicht. Was machen... Die klatschen meine, oder? Was machen die da? Klatschen meine? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Content ist. Was denn? Können wir auch mal sowas machen? Nein. Ich will wissen, was... Ja, total. Total, Aaron. Was machen die denn? Zieh richtig durch, zieh richtig durch, Julia. Komm, Julia. Julia, gib ihm! Julia! Julia, hau dir jetzt! Ich kann nicht. Julia, hau dir meine rein! Ich weiß, ob ich kann nicht. Hey, jetzt mach. Okay. Imagine. Boah, wie geil! Ja, Digga. Alter! Der reagiert, als hätte man ihm gerade eine Nier raus... Keine Ahnung, rausgeschnitten. Bro, sein Trommelfeld ist geplatzt. Also sag mir bitte nichts. Was haben wir hier? Oh, jetzt wird es interessant. Ich danke dir für 100 verschenkte Subs, Digga. Sehr, sehr großzügig. Kuss geht an dich raus. 100?! Die Community dankt dir. Ja, mach dir auch, danke. Danke. Sind das nicht 500 Euro? Sehr, sehr großzügig. Dankeschön, Mann. Danke, Kim. So, machen wir kurz weiter. War fake. Und überhaupt, haben sie schon... Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Ja, Digga. Jo. Was? Was war das denn? Lass laufen jetzt! Ach du Scheiße. Meine Sache gesehen. Ja, Digga, ich sag mal so, ich sag Philipp, erstmal hier natürlich auf absolute Ehrenbruder-Basis den Creator-Code Standard-Skill, Standard-Skill LOL reinhauen und da auch nochmal ganz kurz bei Nebelix vorbeischauen, meine Freunde, ganz wichtiger Hase. Ja, zurückgeblieben würde ich sagen, bin ich nicht. Ich bin einfach nur komplett, jetzt verstehe ich es erst. Leute, das war es von diesem arschgeilen Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass der Weif am nächsten Mal nicht mehr dabei ist. Und wenn ihr wollt, dass der Weif am nächsten Mal dabei ist, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin an der Stelle raus. Ani, so dack, wir vermissen dich bei diesem Format. Nächstes Mal wieder mit dir. Auf Wiedersehen und tschüss. Hoffentlich. Cliffs in der Videobeschreibung. Tschüss.